In diesem Video geht es heute darum, einen Low Kick abzuwehren, ohne einen Low Kick abzuwehren. Heute geht es um meinen runden Angriff zum Oberschenkel, zum Knie, der Low Kick. Und wenn jetzt so ein Gegner vor mir steht und den Angriff auf mein Bein macht, jetzt kommt die bittere Wahrheit. Woher soll ich bitte wissen, dass er mit einem Low Kick mich angreift? Ich weiß das in der Situation nicht. Ich kann nicht vorhersehen, ob der mit der Hand oder mit dem Fuß vielleicht sehe Schulterzuckungen, vielleicht merke ich es an seinen Bewegungen. Ja, das mag sein. Aber trotzdem kann er mit der Hand kommen, er kann mit dem Fuß kommen. Ich weiß nicht mit welcher Hand und mit welchem Fuß er kommt. Er kann nicht sogar bewaffnet sein. Also muss ich jetzt in der Selbstverteidigung einfacher denken. Weil wir haben nicht die Distanz zueinander, sondern wir stehen oft enger. Wenn ich in einer Disco bin, sind wir eng beieinander. Da höre ich ja sonst nichts. Und wenn da ein Konflikt kommt, jetzt muss ich seine Mimik und seine Gestik lesen anfangen. Ich muss merken, okay, der ist aggressiv, da kommt jetzt was. Das heißt, ich muss mich vorbereiten auf die Situation. Und ich brauche eine Technik, die etwas funktioniert. Und ich darf mich nicht darauf konzentrieren, dass ich irgendwas abwehren oder fangen probiere. Nein, sondern Angriff ist die beste Verteidigung. Und wenn da jetzt jemand von mir ist und ich habe mir die Distanz schon einmal klar gemacht. Okay, da kommt nicht weiter. Da sind wir jetzt in einer Distanz, wo der Kick genau passt. Und warum soll ich jetzt da stehen bleiben, wo er mich gut treten kann? Vielleicht ist er da Experte darin. Vielleicht macht er Kampfsport und ist perfekt in den Kicks und kommt auch richtig schnell so, dass man das nicht sieht. Weil ich kann so schnell einen Angriff geben, jetzt sehe ich das nicht kommen. Und jetzt kann es schon sein, dass ich da einknick und dann legt er los mit seiner Fauststöße. Also brauche ich eine andere Strategie. Und die einfachste Strategie in der Situation ist, dass ich mich jetzt da fokussiere. Fokussiere auf seine Mitte. Und ich habe da jetzt die Augen, die Nase, Mund, Kehlkopf, Solarplexus und Unterleib als Linie. Und den attackiere ich. Wenn er zuckt, kicke ich. Und da ist es wurscht, ob er schon was gemacht hat oder nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, es kommt was, dann tritt ich einmal genau in seine Mitte. Da wo Unterleib, wo der Bauch ist. Das ist einmal der Schritt 1. Das heißt, er kommt mit was. Ich kicke. Jetzt lege ich sofort nach mit meinem Bauchschiff. Bam, 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 bam. So, und jetzt gesetzter Straße. Ihr wisst, das Gesetz der Straße ist brutal. Und derjenige, der den ersten Schlag kriegt, ist der Verlierer. Und deswegen möchte ich den ersten Schlag setzen, wenn jetzt da mein Leben oder meine Familie in Gefahr ist. Und wenn wir jetzt die Situation haben, wir stehen da, so, kicke ich. Schritt 1. Und dann muss ich schnell sein. Bleib nur kurz stehen, bis das zeigt. Geh genau einen Schritt zurück. Jetzt haben wir ihn gekickt. Jetzt ist er weit weg. Und jetzt darf ich nicht stehen bleiben, sondern ich setze sofort nach. So, und jetzt kommen wieder meine Hände zum Einsatz. Bam, 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 bam. Ich kann 11. Ich kann Kniestöße, bis ich fliegen kann, bis er so weit außer Gefahr ist, dass er nicht nachkommt. Okay. Jetzt zeigen wir das noch einmal. Stopp! Boom, 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 boom. So, jemand kommt auf dich zu. Hey, stopp! Das ist einmal die erste Geste. Hände sind oben. So, jetzt zuckt er, oder kickt mir mal, boom. Ich gehe gleich in die Mitte. Der Kick muss sitzen. Der nächste Schritt ist, ich setze nach und deck mich jetzt ein mit Kettenverstöße. So, und wie die ganzen Techniken jetzt auch schauen, erkläre ich euch jetzt. Schritt 1. Stopp! Hände sind oben. Übt das einmal Linksauslage. Das heißt, linker Fuß, linke Hand vorne. Einmal Rechtsauslage. Stopp! Trainiere auch deine Stimme. Stopp! Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 2 ist der gerade Kick. So. Stopp! Setze der linke Fuß vorne. Kick auch gleich mit dem linken und setze gleich den Fuß nach. Rechtsauslage. Kick! Und setze deinen Fuß nach, dass du einen Schritt nach vorne kommst. Hescha! Kick nachsetzen. Hescha! Kick nachsetzen. Und jetzt da versuch, dass der Kick nicht von unten nach oben geht, sondern dass du den ausstreckst. dass du zuerst dein Knie anhebst und direkt nach vorne die Bewegung machst. Und jetzt kommt das nächste, dass dein Körper nicht das macht, dass du dich wegdrückst, sondern du musst nach vorne fangen. ab. Das heißt dein Oberkörper ist zum Gegner hingerichtet. Dann die Kettenfauststöße. Du hast es gemacht. Hescha! Kick! Absetzen. Erster Fauststoß. Direkt die vordere Hand trifft. Die hintere wechselt über die Mitte ab. Die hintere wechselt wieder über die Mitte ab. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So übst du auch als Linksauslage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bleibst Linksauslage. Nur Handwechsel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rechtsauslage. 1, 2, 3. Links. 1, 2, 3. 2, 3. Dass du egal welcher Fuß, egal welche Hand vorne ist, dass du das immer machen kannst. Und wenn du die Schritte beisammen hast, trainier das. Hescha! Kick! Bam, bam, bam! Reinmarschieren. Kontrolle. Wenn du einen Partner zur Verfügung hast, stellt es euch einfach so auf. Und jetzt macht es gleich so ein abwechselndes Spiel draus. Weil ich kicke jetzt in, vorsichtig, vom Rücken weg, er mit. In oder in. Und ich schau nicht mal, dass ich nach vorne falle. Mein Kopf vorne ab. Dass ich gleich zweiten Schritt, wenn so beide Hände so vorne haben. Und jetzt haue ich da in seine Handfläche locker rein, nicht auf seine Finger. Dann macht er das gleich bei mir. Kick! Und er sagt sofort nach. Somit trainiert es euch, da sofort nachzugehen. Ihr bleibt an eurem Gegner, nämlich immer kleben. Und ihr verwendet einfach beide Beine, beide Hände. Als ich immer noch eine Abliegen hatte. Boom! Boom! Köt! Hescha! ARD Text im Auftrag von Funk